Kommen wir als erstes zu den technischen Daten die möchte ich euch einmal zeigen und auch zur Farbauswahl das wird für viele wahrscheinlich auch interessant sein wie gesehen habt ich bin die gts super sport 125 probe gefahren die gibt es dann noch mal ein paar anderen Farben und wir gehen hier einmal darauf die kostet 6300 euro wenn wir aufrunden und das war das orange was ich hier gefahren bin bzw die vespa in orange und da schauen wir uns auch mal direkt die technischen daten an wie ihr sehen könnt wir haben 125 kubik ist natürlich klar 12 newtonmeter drehmoment und die vespa hat 10,3 kw das entspricht dann 14 ps was an der vespa im jahr 2022 bzw 2023 besser ist ist dass vorne das fahrwerk optimiert wurde das heißt man fährt etwas ruhiger das habe ich während der testfahrt auch gemerkt aber dazu kommen wir gleich noch mal und dass wir vorne eine komplette voll led beleuchtung haben die konnte ich hier natürlich nicht testen da ich tagsüber gefahren bin und sie hat auch keyless go der spritverbrauch laut hersteller bei 2,4 liter laut erfahrung kann ich aber sagen dass sie auch mal niedriger liegen könnt oder auch höher es kommt halt darauf an ob ihr viel landfahrt oder viel stadt in der stadt wird das ganze natürlich nach oben gehen sie ist schon etwas schwerer und könnte prinzip auch mit 15 ps ausgeliefert werden warum man das hier nicht macht weiß ich nicht vielleicht wenn man einfach dass der motto hier bei der vespa gts länger hält als bei der aprilia srgt aber gut das ist nur eine vermutung und die sitzhöhe wird für große personen wahrscheinlich auch relevant sein und da kann ich euch schon mal sagen das passt auf jeden fall nach den technischen daten kommen erst mal zur optik die optik gefällt mir wirklich sehr gut auch mit dem kleinen windschild vorne und auch die farbe gefällt mir wirklich super muss ich einfach so sagen was ich cool finden würde wenn es die wie die primavera auch noch mal in diesem orange mit türkis geben würde aber vielleicht kommt das ganze ja noch was auch cool ist wir haben vorne zwei leds das sind die linken und rechten bauteile die ihr da seht und das macht auf jeden fall bei der optik was aus auch oben der scheinwerfer ich weiß dem einen oder anderen gefällt es nicht auch aus dem bekannten kreis die sagen das ganze sieht dann nicht so gut aus um es einfach mal nett zu formulieren das ist natürlich geschmackssache was man hier auch erwähnen sollte es wird hier nicht komplett irgendwie blech oder metall verwendet sondern vorne haben wir kunststoff und der hintere teil wo man im prinzip drum herum sitzt das ist dann aus metall gefertigt zur sitzbank kann ich euch sagen die ist wirklich sehr bequem und eignet sich auch für größere personen da die sitzbank nicht irgendwo aufgeteilt ist kann man sich auch was weiter nach hinten setzen wenn man jetzt gerade nicht irgendwie ein sozius hinten drauf hat wenn man sozius drauf hat dann wird das ganze schon ein bisschen enger vor allem wenn man über 1 meter 90 groß ist so wie ich wir sind jetzt zu zweit gefahren und die zweite person ist über 1 meter 70 und das hat auch noch gepasst auch wenn es dann hinten schon ein bisschen enger wird längere fahrten sollte man so nicht durchführen und ich würde auch sagen fahrten alleine machen definitiv mehr spaß was ich cool finde dass man die trittbleche für die füße für den sozius rausfahren kann das heißt wenn man alleine fährt dann klappt man die ein beziehungsweise sind sie ja schon eingeklappt und man sieht sie nicht wirklich das ist wirklich vorteilhaft und wie gesagt der roller gefällt mir optisch sehr gut was auch gut ist wenn wir den roller starten das ganze geschieht ja durch keyless go das heißt ihr müsst eine schüssel nicht einstecken das heißt ihr könnt auch nicht irgendwie falsch einstecken und verkratzt da irgendwo den lack wenn man das loch nicht findet das kann ja vor allem nachts passieren zum tacho blende ich euch auch mal ein video ein wie wir gefahren sind kann man nur sagen dass das tacho gewöhnungsbedürftig ist weil es halt auch etwas kleiner ist es kein digitales tacho ist natürlich irgendwo geschmackssache mir gefällt es nicht so was aber cool ist wir haben dann unten lcd display unter dem analogen tacho und das sieht auf jeden fall gut aus reflektion habe ich auch nicht wirklich feststellen können so wie bei der aprilia srgt da hat das ganze gestört weil das display sehr stark reflektiert hat je nach stand der sonne natürlich und das war hier nicht der fall rein vom fahrerischen her macht das auf jeden fall spaß die vespa gts super sport zu fahren vor allem die kurvenlage ist gut ja ich weiß man kann sich nicht zu sehr in die kurve legen wie mit einem motorrad ist es aber auch kein motorrad es ist ein roller und als das sollte man es dann auch ansehen auch zu zweit ist das ganze sehr sehr angenehm und der wendekreis ist dementsprechend auch wirklich gering und damit macht es stadtfahrten auf jeden fall sehr bequem ich hatte jetzt auch während der fahrt nicht das gefühl dass das instabil ist mit dem roller zu fahren sondern auch bei höherer geschwindigkeit hat man sich noch ziemlich sicher auf dem roller gefühlt wir sind maximal knapp über 90 km h gefahren zu zweit und wenn man alleine fährt dann reicht man auch über die 100 km h nicht dass das man zu zweit nicht erreichen könnte es braucht halt nur länger und dementsprechend konnte ich während der testfahrt hier nicht testen wir in dem video was ich euch gerade einblende auch sehen könnt kann man auch als große person mit dem roller fahren wenn man alleine ist ja das fahren alleine hat dann noch mal etwas mehr spaß gemacht wie ihr hier in dem video sehen könnt auch von dem platz dann vom sitzen her ist das ganze wie gesagt deutlich angenehmer unter der sitzbank finden wir dann das helmfach und im helmfach haben wir leider nicht wirklich platz für einen normalen helm sondern nur für die helme die von vespa beziehungsweise piacho vertrieben werden und das sind halt sehr kleine helme und dementsprechend finde ich das ganze nicht so gut vor allem wenn man dann 100 km h fährt weiß ich nicht ob man dann mit einem jet helm darum cruisen sollte ist aber auch nur meine meinung das sieht ja jeder anders ich finde es halt schade und würde mir da ein größeres einfach wünschen was ich euch auch noch sagen kann zum thema sound hier war ja ein sport auspuff verbaut und der hat sich schon wirklich gut an ist aber nicht serienmäßig finde ich ein bisschen schade dass hier nicht der standard auspuff drauf hätte ich auch mal gerne gehört aber ich glaube diese 5 600 euro könnten sich schon lohnen ja dann wäre man fast bei 7000 euro für den kompletten roller aber ich denke mal der auspuff lohnt sich schon weil der sound wirklich gut ist nicht wie beim zweitaktor versteht mich nicht falsch aber es pimpt das ganze dann noch mal etwas auf zum thema gasgriff habe ich auch noch was der gasgriff die muss man noch mal nachziehen finde ich jetzt nicht so optimal gelöst kenne ich auf jeden fall besser von dem einen oder anderen roller aber schreibt mir gerne kommentare wie es bei eurer vespa ist oder wie es bei eurer probefahrt war beziehungsweise wie ihr es wahrgenommen habt zum motor der motor ist ja im prinzip der gleiche wie bei der prilie srgt nur dass wir ein ps weniger haben finde ich ein bisschen schade hätte man auch noch mal ein bisschen höher schrauben können das ganze vielleicht macht man es aus haltbarkeitsgründen ich weiß es nicht gefühlt geht der roller aber auch besser ab auch zu zweit finde ich das ganze wirklich angenehm klar nicht wie ein elektroroller aber wir reden ja hier auch von einem vier takter der dann auch eine höhere reichweite hat und den man dann auch schneller aufladen kann also in dem fall tanken dementsprechend kann man es nicht 1 zu 1 vergleichen bei der bauart des motors ist mir auch schon bei der prilie srgt aufgefallen der radiator sitzt an der lichtmaschine dementsprechend nehmen wir nicht wirklich fahrtwind mit wie es bei einem roller ist wo der radiator also der kühler quasi vorne irgendwo sitzt aber da könnt ihr auch mal gerne in kommentar schreiben wie sind eure erfahrungen damit sind ob ihr schon mal irgendwelche hitzeprobleme hattet im sommer bei über 30 grad würde mich auf jeden fall hier auch sehr interessieren mein fahrzeug zur vespa gts sport ist dass es auf jeden fall ein sehr bequemer roller ist er lässt sich einfach fahren vor allem in der stadt durch den kleinen wendekreis auf jeden fall sehr sehr guter roller auch fahrtechnisch in kurven gefällt mir die vespa gts sehr gut auch das mit dem keyless go finde ich gut ist halt sache der bequemlichkeit man muss den schlüssel nur dabei haben nicht mal reinstecken was mir so nicht klar war was ich bisher immer gedacht habe ist dass die vespa komplett mit blech ausgestattet ist das ist allerdings vorne nicht so blech haben wir nur im hinteren teil vorne ist auch kunststoff also auch ein plastik bomber wenn man so sagen darf ich hoffe ich werde jetzt hier nicht gelünscht von den vespa fans und dementsprechend finde ich den preis auch eigentlich ziemlich hoch vor allem wenn man sieht die aprilia srgt ist etwas größer und die kostet dann nur 4000 euro wird auch im prinzip von piaggio gefertigt und sie ist noch etwas größer und hat noch mal ein ps mehr auch wenn man das nicht merkt die vespa gts geht hier meiner meinung nach besser ab wenn man das denn so nennen darf das mit der geschwindigkeit passt auch finde ich mit 100 km h beziehungsweise etwas mehr kann man auch auf die autobahn fahren kann auch lkws überholen ob man das jetzt unbedingt so gut finden muss weiß ich nicht ich würde die vespa gts eher für landfahrten oder überlandfahrten und auch für stadtfahrten benutzen denn da ist sie auf jeden fall gut aufgehoben und ich kann es auch noch mal sagen die vespa gts eignet sich meiner meinung nach auch für große person weil sie hatten lange sitzbank und die ist auch nicht wirklich aufgeteilt wie zum beispiel ein honda forsa und dementsprechend kann man auch was weiter nach hinten rutschen als große person das ist jeden fall was gutes und die kleinen reifen haben hier meiner meinung nach auch nicht wirklich gestört beim fahren die sorgen halt dafür dass man halt ein bisschen besseren wendekreis hat ein bisschen flinker unterwegs ist und es ist schon spaßmobil das kann man definitiv so sagen für zwei personen würde ich den roller nicht unbedingt nehmen außer ihr seid etwas kleiner und am ende möchte noch einen kritikpunkt äußern das ist einfach das helmfach bitte vespa beziehungsweise piaggio greift zu einem größeren helmfach nicht jeder kauft sich einen original helm sondern möchte seinen eigenen helm benutzen großen helm jet helm was auch immer da muss man den helm halt immer mit rumtragen wenn man irgendwo welche touren fährt das finde ich halt sehr ärgerlich einen koffer möchte man auch nicht wirklich auf einer vespa gts haben würde ich jetzt zumindest nicht machen finde ich irgendwo nicht angebracht die vespa gts soll ja sportlich wirken und das macht sie einfach nicht und was ich mir auch wünschen würde dass es die vespa gts sport als elektro gibt also in dieser optik als elektro mit 100 kmh und herausnehmbaren akku und dann noch großen helmfach dann wäre das ganze wahrscheinlich größer aber das würde ich wirklich feiern und ich glaube dann würde ich auch gar nicht mehr so lange zögern mir eine zu kaufen schreibt mir aber gerne mal in die kommentare was ihr zu vespa gts sport meint und falls sie eine habt dann schreibt mir auch gerne kommentare was für kosten sind schon auf euch zugekommen das heißt die ganzen inspektionen und auch zum thema spritverbrauch könnt ihr gerne was schreiben ich bin da wirklich sehr auf eure meinung gespannt ich bin raus bis zum nächsten mal euer tobi ciao ciao